Willkommen bei TheVision, mein Name ist Madder und ich zeige euch heute ein weiteres Set. Heute zeige ich euch ein sehr lustiges Set, allerdings muss ich euch gleich vorweg sagen, am besten im Team spielen. Ihr braucht einen Heiler, einen Supporter, irgendwie sowas in der Richtung, auf jeden Fall nicht alleine gedacht dieses Set. Und zwar haben wir hier ein Fire Quest Einsamer Held Mix und zwar ist das eine sehr sehr lustige Kombination. Ihr habt das Geschütz, das euch unterstützt und könnt sich schön mit dem Einsame Held Set durch die 8% Schaden, Shotgun oder LMG, ich habe mich für Shotgun entschieden, wegholen. Es macht sehr viel Spaß, aber ihr braucht einen Supporter oder einen Heiler. Ansonsten hoffe ich, dass das Set euch gefällt, bei Fragen oder Anregungen, ab damit in die Kommentare und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachmachen und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.